Aber ich kann das nicht mehr ablegen. Echt, kann ich das? Ja, bestimmt. Aber ich kann das halt nicht mehr ablegen. Das ist dann auch ziemlich auffällig, wenn ich laufe. Nee, ich kann nicht rein. Ah, schade. Das ist so ein Schmarrn, wie das halt aussieht. Bushman. Jetzt bist du George Bush. Oh, guck, da hinten sind zwei. Aber ich kann mich hinter dich verstecken. Ja eben, das ist halt schon irgendwo praktisch. Okay, komm hierher zu mir. Oder versteck dich da in dem Busch. Da vor mir. Ich bin genau hinter dir, du Karate. Versteck dich da in dem Busch aber da vorne, sonst sehen die dich. Dreites. Ja, dreites. Okay, gut. Schnupftes. Wir müssen jetzt echt sehr defensiv spielen. Wir machen einfach gar nichts, wenn wir Gegner sehen. So. Ja, ich so. Ja, wenn ich auch so ein Teil hätte wie du, dann könnte ich wenigstens... Aha, jetzt habe ich mich gerade selber gesehen. Ich habe gerade gesehen, wie ich gelandet bin. Echt? Jetzt erst? Was für eine Tide... Ja, was für eine Zeitverzögerung. Mega, das kann ja nicht sein eigentlich. Bei mir ist es nicht so eine hohe Zeitverzögerung. Aber egal. Hey, Sternkraft schreibt wieder. Warte, ich lese das gleich. Der Busch muss erst mal Sachen sammeln. Hey, ich bin Doppelbusch. Aha. Größe Doppel... B. Der Busch ist ziemlich gut. Das ist eine gute Tarnung. Du kannst den auch nicht anlegen und ablegen. Den kann man nur einmal benutzen. Das habe ich gemerkt, ja. Ja, das ist halt... Ist schon eine gute Tarnung, aber es fällt halt auf, wenn du plötzlich damit rumrennst. Ist halt dumm. Als Tarnung ist es natürlich echt gut. Natürlich. Aber aus der Ferne, ich denke, man sieht es natürlich mehr aus der Ferne. Einfach, das fällt halt schon auf. Ja. Aber ich denke, wenn du die ganze Zeit so auf Schleichmodus machst, so geduckt und ganz langsam läufst... Ja, ganz langsam dann schon. Dann eventuell... Dann kannst du vielleicht schon schnupfen. Ja, schon. Aber dann bist du halt wirklich sehr defensiv auch dran. Jetzt wäre natürlich ein Scharfschützengewehr noch geiler. In Kombination mit dem Busch ist das super. Apropos Waffe, ich habe ja auch eine. Ich nett. Wo bist du eigentlich schon wieder? Ich bin immer noch mit dem Ding rumgerannt. Du stehst ja in der Gegend rum. Du bist ja gar nicht weitergelaufen. Ja, ich werde bald gemüttert, dass du weitergelaufen bist. Ein bisschen. Ja, weil jetzt kommt halt langsam der Sturm. Ich merke es. Deswegen bin ich halt ein bisschen mehr in die Mitte. Ist, glaube ich, auch ein Problem. Wir sollten vielleicht... Ja, nee, das ist schon besser, weil die, die halt nicht im Sturm sind, die kommen natürlich reingerannt. Dann sind wir auch, dann sind die auch am Rand, was ich meine. Ja. Ja, sonst sind die Busche ja auch ohne Lichterkette. Ja, das stimmt ja auch. Das ist auch richtig. Das ist ja jetzt nur das Weihnachtsevent. Aber auch dann gehe ich davon aus, dass man das schon... Das kann trotzdem auffallen, wenn es dumm läuft, der Busch. Wenn da so ein Busch rumrennt. Trotz alledem. Da hinten sind, glaube ich, wieder Leute, weil da wurde was gebaut. Beides? Beides wurde gebaut. Noch dümmer ist es halt, wenn du in Gebäuden bist, weil dann hast du verkackt. Weil ein Busch in dem Gebäude... Ja, das sowieso. Ja, das bin ich. Ja, das bin sowieso. Wie du halt ausschaust. Ja, eben. Schaust aus wie so ein Huhn. Ja, so ein Truthahn, ne? So ein Gockeldingsel. Das ist schon lustig. Ja, hier wurde halt auch schon fett weggelootet. Das ist halt dumm. Ja, das ist schon klar. Was machen wir jetzt? Na gut, der Sturm kommt erst. Wir verrecken immer im ersten Sturm. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Wir kommen echt nicht weit. Ja. Kommst du da ohne mich weiter? Ja, schon insgesamt im Einzelspielermodus. So im Team ist das halt nochmal ein bisschen anders und ein bisschen schwieriger einfach. Alter, wie du ausschaust. Ja, es ist so witzig. Ach man, da oben hat sich jemand eine Festung gebaut. Da sind überall Mauern. Die haben sich da wahrscheinlich eingekerkert. Ah, Kacke. Ich muss die ganze Zeit hinter dir bleiben, weil sonst bin ich sichtbar. Ich probiere mal was aus. Da hat dir was geschossen. Ne, das war ich mit einer Granate. Ach so. Und verkackt. Ne, sag ich doch. Ja, jetzt hat wirklich immer geschossen. Ich hab dir doch gesagt. Das hab ich gar nicht gehört. Ich hab mal eine Granate gehört. Ich sag doch, die haben sich da eingekehren. Was, echt jetzt? Hab ich doch gesagt. Die Dreckslappen. Gurkenlappen. Ja. Komm, bist du da? Bist du hier? Okay. Ja, hinter dir. Ja, ja, komm, komm, komm. Vorsichtig. Hä, wo bist du jetzt? Immer noch hier. Ach, da. Ich mach dir mal zu, ich weiß nicht. Wir müssen jetzt dran vorbeischleichen. Jetzt hab ich natürlich Scheiße gebaut und die Aufmerksamkeit an uns. Auf dich gekackt. Ja. Sturm wird kleiner, wir müssen sowieso weg von da. Ja, noch haben wir Zeit. So ist es ja nicht. Warte, warte, warte. Wir machen jetzt. Wir müssen uns ein bisschen verstecken jetzt am besten, aber wie? Aber jetzt ist mein Busch weg, das ist sich jetzt gar nicht mal so übel eigentlich. Wir könnten uns selber hochbauen, ist das sinnvoll. Die müssen eh gleich sowieso selber auch weiter wegen dem Sturm. Wenn wir das jetzt geschickt machen, können wir uns... Dann können wir jetzt hier essen. Wir verstecken uns in dem Busch irgendwie, wenn die uns nicht sehen. Ja, okay, das ist... Nee, die sind nicht da eigentlich. Ja, das ist mir. Hier sind Büsche. Wo bist denn du jetzt doch schon wieder? Oben rechts hast du eine Map. Ich hab halt schon Angst, dass wenn ich davor... Vorsicht hinter diesen Gegner. Dass wenn ich jetzt... So Osten rum. Südost sind Gegner. Okay, die bekämpfen sich wahrscheinlich da oben gerade, die Leute, ne? Nehme ich an. Ja. Okay. Südwest ist die Richtung zum Sturm, okay. Beides. Beides gegessen oder kommen ganz viele? Das könnte aber unsere Chance sein. Komm, wir laufen. Wir sind ja alle abgelenkt jetzt. Okay, gar nicht mal so übel. Abgeschnupft. Abgeschnupft. Ich hab... Hast du Bandagen zufällig? Nein. Scheiße. Ja. Okay, lass uns mal darüber gehen. Basinga. Basinga. Ja. Nassknäht in der Suppe. Ja, lecker. Nassknäht in der Suppe. Da vorne wäre eine Waffe oder sowas. Da kommt da so ein riesiges Nassknäht raus. Wie groß sind denn die? Ich weiß gar nicht. Also Voluminas ist schon größer. Sehr, sehr groß, Alter. Das ist schon 1,80 oder so ein Kack. Das ist richtig groß, Voluminas. Da kommt halt... Ja, mein Gott. Da kommt halt Grudern rausgeschnupft. Ja, mindestens. Das ist sowieso winzig. Ja, ein Überraschungsei. Ja, alles klar. Stell dir mal vor, kommst du ein Überraschungsei. Machst das so auf, dann kommt so ein Grudern raus. Originalgröße. Oha. Da ist mal Zamm setzen und da ist Originalgröße am Ende. Ja, nee. Das kommt dann so rausgeploppt. Wie so ein Pokéball halt. Ach so? Das kommt dann da so raus. Das wäre voll heftig, Alter. Da kommt dann schon Arceus raus. Mindestens. Dreites. 87. So habe ich geschnupft. Alter, wir sind 26 sind noch da. Ja, das ist richtig gegessen. Das sind noch weitere 24. Noch weitere 24. Nee, schon noch 43, hä? Was? Ja, das sind doch noch 43 Leute. Hä, da ist irgendwie jemand. Bist du das? Ich habe gerade einen Baum weggeholzt, ja. Ah, dann warst du das. Ja, mich kann man sogar essen. Alter, ich muss so pissen gerade einfach mal. Ich laufe gleich aus meiner Nase aus. Du bist doch gerade vom Buschrausch raus. Rausch? Du hast doch pissen können. Ja, eben. Rausch. Und Buschrausch. Ich bin in dem Buschrausch. Alles klar. Okay, weiter geht's. Das war jetzt ganz gut, dass die da hinten abgelenkt waren, ne? Dass da gerade viele Gegner waren und konnten da fliehen. Oh ja. Das war eigentlich immer so schlecht. Aber überall, siehst du, überall wurde gebaut, überall waren schon irgendwelche Kekse. Kekse? Keksnockerl. Da waren Kekse. Irgendwelche Keksnockerl. Da hinten wird gebaut. Scheiße, das sind Leute. Ich glaube, ich muss spaghettifizieren. Spaghettifizieren? Was ist denn das? Okay. Das Wort geht zwar wirklich. Aber wir müssen die Gegend spaghettifizieren. Spaghettifizieren hat was damit zu tun, beim Schwarzen Loch, wenn da alles, da wird ja alles hineingezogen. Alles klar, okay. Dann wird das so lang gezogen und dann spaghettifizieren. Das heißt einfach mal spaghettifizieren. So ein Scheiß. Wissenschaft, ne? Das habe ich durch Zufall in Kugeln mit, also, gelesen. Nicht so rumstehen, ne? Du musst schon auch ein bisschen gucken, dass du Deckung oder sonst irgendwas wenigstens umgucken oder so. Wenn ich was mache, kannst du ja nach hinten gucken oder irgendwie sowas. Das ist, ne? Das wäre ein bisschen strategischer hier, sonst werden wir wieder von hinten weggebumst. Ja, und dann wären wir nur schwanger am Ende. Ja, eben, das machen wir ja nicht. Wir sind ja zum Spielen da, nicht zum Schwangerwerden. Ich will nur spielen mit dir und nicht schwanger werden. Aha. Ja, du willst bloß Spaß haben. Ja, eben. Spiel und Spaß. Ja. Da hinten wurde halt auch gebaut in dem Haus. Ey, was ist denn los hier? Ja. Gehen wir mal da rüber. Ne, da geht's ja raus aus dem Sturm. Egal, gehen wir da rüber. Da geht's ja raus aus der Karotte. Ja. Wo kackst denn Duscher wieder in die Nase? Ja, in die Nase. Alter, 15 Leute, also noch 13 Leute. Da ist jemand in den Hügel hoch. Oh Mann, überall. Überall kürzen die Nougat-Zuppen in meiner Oma. Das heißt, die wurde eh schon gelootet. Ja, hat's eh keinen Sinn. Sollen wir da mal hochgehen? Hey, hast du irgendwelche Waffen oder sonst irgendein Scheiß? Ich hab nur die Waffe, die ich in der Hand hab. Also keine. Oh Scheiße, da hat jemand gekackt. Ja, das sind Scharfschütze. Wahrscheinlich hier oben. Ja. Ja, die sind zu zweit. Willst du mich verarschen? Wo war der denn? Fuck. Auf der Grütze. Wo war denn der? Nein. Warte, ich schau dir zu. Du schaust mir zu? Mhm. Geh runter, runter. Geh in den Busch, geh in den Busch. Was für ein Busch? In irgendein Busch. Geh in den Busch. Guck mal auf den Hügel hoch, guck auf den Hügel hoch. Die sind da, die sind da. Guck, die bauen sich was. Geh nach rechts. Geh nach rechts in den Busch. Die kriegen sich was, sind die CA zu zweit? Ja, eben, das ist es. Du musst da weg. Ja, da. Du musst weg. Du musst ganz schnell weg. Schleich dich da außen rum jetzt um den Berg am besten. Die sind da abgelenkt ein bisschen mitbauen. Geh ganz nah an den Hügel ran, dass sie dich nicht sehen. Und dann geh um den Hügel ein bisschen rum. Irgendjemand boll, boll, boll da, aber abgeduckt. Nö. Nee, echt nicht. Okay, da wurde halt auch gebaut. Baut, fuck. Ja, versteckt dich sonst mal unter der Treppe? Ja, bin ich hier. Okay, es hört sich nicht so gut an. Aha. Es gibt nur zehn Leute da. Und zweiter von der Leischen. Ich kann nicht dich einfach unter die Top-5 lotsen. Das wäre halt witzig. Okay, warte. Beides. Geh da runter. Geh da einfach. Lass mal. Geh da runter. Der hat dich gesehen. Hat dich gesehen. Er hat dich gesehen. Links vor dir, links vor dir, links vor dir. Echt, oder? Ich sagst du dich nicht gesehen, er war links vor dir. Gurken in der Nase. Scheiße. Schade, okay. Wir waren aber jetzt wirklich gut. Top-10 und so, das war gar nicht mal so schlecht. Wir werden besser. Ja, in den Top-10 waren wir ja nett. In den Top-10 ja nett. Doch. Wir waren ja so zehnt herum. Es war ja nur noch zehn. Du warst elf. Ja, ist doch scheißegal. Wir beide halt in den Top-10. Das ist so egal. Ah, schau mal, die zwei gehören zusammen. Warte, wie ist das? Steht das nicht irgendwo, wie viele wir jetzt gerade eben im Moment waren? Steht das nicht irgendwo? Grütze. Scheinbar nicht. Aha, wie du mir dazugeschaut hast. Ich sehe jetzt gerade voll, wie du mir dazuschaust. Ja, das gibt es doch nicht. Ich muss jetzt aber mal wohin kurz. Deswegen bis gleich. Da, wo ich zu Fuß hingehe. Ich mache kurz Headset von Dingen weg, damit ich gehen kann. Ja, okay. Und kurz AFK, bis gleich. Jo. Gott, Она hat einen Kopf, da ist weg. Sie ist weg. Ich schätze. Ich schätze. Ich schätze. Ich schätze. Dann kann es einen Kopf herrenhe. Ich schätze. Wir müssen uns jetzt auf dem Kopf zum Kopf rein. Okay. Okay. Okay.